Die Verschwörer wieder die Ehe Der erste Priester, der sich in Pommern nach den Beispiele Luthers verehelichte, war Herr Dionysius Beigerow in Treptow. Als derselbe solches gegen den damaligen Glauben getan hatte, erhoben die anderen Pfaffen ein großes Geschrei und brachten bei dem Rate in Treptow zu Wege, dass er sollte gefangen werden. Besonders übernahmen vier Herren aus dem Rat, den Geistlichen nicht zu warnen, sondern ihn zu überantworten. Zu mehrerer Befestigungen beschworen sie dies mit einem körperlichen Eide. Dafür wurden sie denn zum Teil hart bestraft. Denn der Hauptanführer von ihnen, da er in der nächsten Nacht darauf frisch und gesund sich hingelegt hatte, wurde am anderen Morgen mit umgedrehtem Halse tot im Bette gefunden. Einen anderen war ein Gespenst erschienen und er lag von da an in großer Bitterkeit des Todes und konnte kein Wort reden, sondern nur mit den zwei Fingern, damit er geschworen hatte, ein Zeichen geben. Als wollte er anzeigen, dass es um des Eides willen geschehen wäre. In der anderen Nacht starb er. Also hat Gott, da die Leute nun zur Erkenntnis kamen, dem Priester aus dem schweren Gefängnis geholfen.